Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft und das ist ungefähr der zwanzigste Versuch von meinen ganzen Runden also das ist meine Map wo ich Heimvorteil habe und wo ich wirklich noch gewinnen könnte mir geht das nämlich gerade auf den Gast ich hab die ganze Zeit mit 1er Map probiert ich weiß nicht wieso, aber wenn ich unter Aufnahme bin dann fühle ich mich irgendwie so richtig unter Druck ich kenne das wirklich nicht aber da habe ich so den Druck ich muss gedacht, darf ich bauen? ne ne nur ich kann schnell fast brutschen wie gesagt ich kann nicht richtig fast brutschen so da weil da konnte ich nicht bauen so das war es mit ne da habe ich keine Blöcke mehr jetzt würde ich mich jetzt hochbauen aber ah gut ich glaube ich habe ein gutes Team erwischt aber es ist eine Vermutung und niedrigertität ne ich glaube ich werde mir gleich so einen Bogen fahren weil ich habe jetzt gerade so keinen Bock auf diese ganze Prozedere und wir sind glaube ich sogar die ersten in der Mitte auf welches Team soll ich gehen? ich geh da wo mein Allzu meines gelb Kumpel hingeht dieser Kumpel wow ist intelligent wie witz quiche übrigens reducing Thanks ich bin vorgängig ich wollte nur ein Gold jetzt sogar noch um eine Fuche zu warten, aber das überlebe ich nicht Oh Gott, weil ich glaube, gerade kommt der Ich habe mir zwar nur einen Einserbogen, aber Easy Okay, was soll ich mir jetzt tun? Das schneide ich mal raus, weil ich werde mir jetzt in der Zeit hier etwas verabreden Dann bis gleich Leute, hier kommt gerade einer zu uns Das wollte ich noch kurz hier einmelden Ja, ich glaube, das brauche ich nicht als würde Mache ich doch wahrscheinlich So, ich bin gleich wieder fertig equipped Ich kann euch vielleicht mal meinen equipped zeigen, wieso ich das jetzt nicht bauschneide Weil gerade der Typ gekommen ist und das war ziemlich unerwartet Ich habe Copax, Full Armor, Level 3 Brustpanzer, Full Leder, Eisenpickel, Bogen, alles Das ist das Herzbegehend von einem Brustbärmer Kennt ihr das Sprichwort? Wenn die Pfeile fliegen, bleibt das gelegen Stimmt Vielleicht nicht zu gut Tschüss Ja, verpiss dich Hier, zurück mit dir Surprise, motherfucker Ach, wie der Der schießt ihn da auf mich Ich mag das nicht Oh, easy Treffer Easy dabei noch weg Wer ist denn da? Ah, das ist Maggie Dann ist alles sehr gut Dann ist alles sehr gut Tschüss mit dir Zurück Das ist nicht das Sprichwort Wenn die Pfeile fliegen, bleibt das gerne Oh, easy noch ein Treffer und ich gehe schon wieder einfach weg Das ist ein einfach Schuss Fuck, ich stecke hier fest Loll, der kann ja aber auch nicht Der ist auch nicht sehr schlecht mit Bogen, sage ich dazu nur Was ich jedenfalls brauche, ist 13er Bogen, Eisenspür Das war's dann mit der Mitte Das war's mit der Mitte Tschüss Oh, Gott Das war's mit dem Was ist denn da los? Wo sind die hin? Los Okay Kann man ja noch sagen, was hier passiert ist Oh Das erklärt es? Ich gönne mir, glaube ich, 13er Bogen Ja, 13er Bogen Easy JJ Ich bin Easy 2 Kills. Das lasse ich auf jeden Fall drinnen. Easy 2 Kills. Jetzt habe ich nicht viel HP. Okay, ich gönne hier wieder Gold. Und das Halfte davon war einfach abgestaubt. Okay, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich guck, dass sie hinter mir hergesprungen. Ich jagte mich gerade. Oh, doch nicht. Oh, geil. 2 Kills. Damit geht meine KD wieder hoch. Oh, soll ich mich nach Hause porten? Ja, lass mal nach Hause porten. Ich geh mal 13er Bogen. 0. Easy 13er Bogen. Easy win. Easy life. Wenn ihr wissen wollt, er ist einfach zu. OP, wie es hat 13er Bogen. Ich lege den einfach zu spielen, deswegen. Sagen wir für Bosbar-Manser. Geil. Er hat nur geil. Die werfe ich hier hin, falls ihr eine Stimmung einsammelt. Das ist mir egal. Ach, in die Mitte. Mitreffungsplatte, das heißt. LOL. Beide mit dem Bogen gekillt. Easy. Easy. Ich sag doch, in den Pfeilen fliegt, das ist geliehen. Haha. Da hat keiner eine Chance, wenn ich einen Bogen habe. Und das erst recht mit den ganzen Augen. Ich geh jetzt mal zu blau. Soll ich mir blau komplett schnappen? Ich hoffe, die haben keinen Bogen. Ich habe mich bemerkt, ich habe mich bemerkt. Ich habe mich bemerkt. Tschau. Wissen sowieso, dass ich da bin, also sollte ich mir nicht hier auf Geheimnis-Trollerei machen. Oh, der Bogen. Hä? Da. Stumpfst du, hä? Wie easy. Easy kill, easy life. und dann, wie mache ich das jetzt? Ich könnte zwar von außen eingehen, aber diese... Was haben die denn noch? Halt doch. Easy. Easy noch ein Kill. 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 Leider nicht getroffen. Muss ich wirklich sagen. Leider. Schade, den Kill kriege ich nicht mehr. Ich habe die Vermögen, ob das da noch alle lebt. Easy. Also, ich habe eine Lauf. I have a run. Okay, das ist geil. Ich habe viele Kills gemacht. Wenn ich jetzt sterbe, ich schlage trotzdem die Zone hoch. Ist mir egal, ob jetzt mein Bett weggeht, weil ich habe da einen Vorbeihuschen sehen. Oh, das ist ein Goldtraum. Ein Goldtraum. Traum, Traum. Das Problem ist, ich habe keine Ziele mehr. Leider. Achso, das war ein blauer. Soll ich nach Hause gehen? Ich gehe jetzt mal noch grün drauf. Jetzt sehe ich, ich komme nicht hoch. Was mache ich hier? Soll der Leid jetzt? Die ziele Facebook-Ansüge. Störm, die deine Nacht. Die deine Nacht. Steine deine Nacht. Sie которые die leiden唉, sie stained aus Taumend sch fail, die G дней durch. Störm, die deine Nacht. Das war's wert Das war's wert Ist mir jetzt egal, ob ich mein ganzes Colt Equip verloren habe Das war es wert Das war es wert Ich hab das Bett bekommen Easy GG Easy life Ich glaub, ich geh mir wieder full Equip Und geh dann in die Mitte Okay, wir sind die einzigen mit Bett Da sind eine Runde, die find ich geil Sollte Runden, die soll's öfters sind Dann die gegen Aber leider ist sie nicht so oft, seit wir unten sind Nicht so oft, sag ich dazu noch Oh, da hat direkt eine geläftet Was mit den anderen? Oh, schade, der lässt sich nicht Aber das ist eine Runde Ganz lang, mein Geschmack Werde ich auch fertig schneiden Die werde ich am... Das wird dann, glaub ich, Dienstags oder schon werden Ich geh... Ach, was soll ich... Ich brauch keine Warpower mehr Okay Ich gönne mir wieder Gold Was soll ich gar nicht? Weil der wird sich full Equip gönnen So wie man die... So wie das... Ops, Salah, ein bisschen vergackt Aber egal Vielleicht hol ich mir 13 Habe ich genug um... Einschwert 13 Euro Und dafür bräuchte ich jetzt noch 5 Schale Schokolade 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 Mir fehlt mir noch viel Dann seid ihr für Warte Was soll denn da jetzt? Was soll denn da jetzt? Aber wie ich da einfach das Komplett Team Blau rasiert habe Und sogar noch das Bett von Team Grün Ohne Essen Bitte komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Bitte sack dich ab Ja Weil da ist eben so ein Bug Ich weiß jetzt nicht, ob das gewollt ist oder nicht gewollt ist Dass da immer Da in der Ecke, wo ich die ganze Zeit stand Da backt sich immer das Gold weg Ich weiß nicht wieso Ob das wirklich jetzt gewollt ist oder nicht Ich weiß eigentlich gar nicht, wo mein Team Parker ist Wo immer der ist Ist mir egal Ok, ich gönne mir jetzt wieder Full Gold der Kurve 13 Euro Alles 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 was das Bootsberberherz begehrt Sag ich dazu nur Ich bin ein Bootsberber Ich bin nicht stolz drauf Aber Was man kann, das kann man Man kann mir den nicht enttäppen Es ist wie meine Natur Den Bogen in die Hand zu nehmen Und damit zu spenden Es ist meine Nacken Ich würde auch gerne auf Schwertkampf gehen, aber Könnte ich verlieren Wie sagt man safe? Geht lieber safe Zweifels in dem Er sagt so Ja, da ist ein Mann mit Knarre Ich werde jetzt zu dir Egal wenn er Kriegt der Gelb in Warte, ich warte noch auf den Sound Leider nicht Aber ich sehe gar nicht, dass irgendjemand stirbt Haben wir gewonnen? Ok, nein wir haben nicht gewonnen Wo ist die denn hier noch? Wo ist die denn hier noch? Aufgeschnappen Sechs Kills Wie ich den auch gestoppt habe Wie ich den auch gestoppt habe Warte, gut Das ist meine KD Eine 1,13er KD Geil Ok Upsala Feutscher Kopf Das war's dann mit der Folge Ich hoffe es hat euch gefallen Wie ich rasiert habe Sag ich dazu nur Alles nur wegen dir Stimmt sogar eigentlich Außer was mit dem Rot passiert ist Ist mir auch egal gewesen Ok Das war's dann mit der Folge Ja Das war's dann mit der Folge Wir sehen uns dann beim nächsten Mal Ciao